ein wunderschönen guten tag youtube mein name ist der gute hochwurz von gaming together und ja ein kleines info video denn eigentlich wollte ich für euch jetzt vorgestern also dem mittwoch frontline news aufnehmen das hat aber nicht so funktioniert weil rising hub den war wieder deaktiviert hat und ja dann hatte ich ja wieder nichts zum berichten ja also und nur ein info video und zwar zum thema stream ich werde diesen soft diesen sonntag ich denke mal gegen 14 30 wieder beginnt zu streamen wieder bfh mal gucken vielleicht ist ja auch wieder der gute serien dabei wer weiß das ja und dann habe ich eigentlich noch ein etwas größeres projekt im hinterkopf was ich hier machen will aber das spiel wofür ich das oder was sie für das projekt brauche ist gestern gepatcht worden und ja dementsprechend dass ich mit dem safe game was ich da verwendet habe sämtliche mods brauche und die jetzt noch nicht aktuell sind muss ich dieses projekt ein bisschen wieder verschieben ich werde aber glaube ich einen kleinen trailer vielleicht taser erstellen was euch ein bisschen so die richtung angeben wird in was das in wert naja ansonsten wie gesagt sonntag ist stream 14 30 denke ich wieder und ja vergiss nicht ich habe noch ein community discord seit zwei wochen ist immer noch nicht fertig aber ihr könnt da ja drauf kommen dann kann man dort ja ein bisschen palabern oder anderen schritt ich poste der auch wenn ich bfh spiele werde ich dort auch zukünftig die server posten also habt ihr die gelegenheit auch außerhalb von streams mir nach zu join gut das war es eigentlich erst mal soweit und ja ich hoffe bis sonntag